Hallo Leute und Willkommen zur zweiten Folge von Half-Life 2. Wie viele Munition hast du? Gar keine. Ah, jetzt habe ich 54. Okay, ich auch. Ja, die habe ich die übrigens besorgt, also, ne? Ja, danke. So, wir spielen Half-Life 2 weiter, wo wir aufgehört haben. Wir sind hier oben und schießen wir jetzt gleich um mich. Ah, das ist ein Müllcontainer. Mülltonnen meine ich und Müllcontainer. Also, ich mache einfach mal so schnell, wie es geht, die Mission. Du meinst, du gehst jetzt durch. Kommt gleich ein Zugfahrer, Mann. Musst du draufstehen? Ja, ich weiß. Ah! Da muss man, musst du draufbringen. Ah! Hier schieb ich den Fahrer. Nein, fäng dich! Tschüss, Fabian! Ich muss schneller als Fabian sein, das ist meine Mission. Ah, Junge! Du richtest dich so auf, ne? Ah, geil! Ich glaube, er schießt erstmal alle. Ich hoffe so, dass du dabei drauf gehst, ne? Was? Ich hatte so gehofft, dass du dabei drauf gehst. Ah! Nein! Nein, Fabian! Gib Deckung, ich lade nach! Gib Deckung, ich lade nach, Fabian! Ach, mein Auge! Das ist kein exklusives Fach, äh... Das ist doch das, ey! Ich kann Verbündete heilen, Fabian! Ja, dann heil mich mal! Kann ich nicht, ich muss weg rein von dir! Nein! Geh weg von mir, ich hab Angst! Ah! Ach, geil! Jetzt kann ich mich, glaube ich, selber heilen, oder? Mit G, oder nicht? Ich hab voll in den Weg lang gelaufen. Hier müssen wir runter, und dann... ...kommt jetzt gleich so'n Razortrain, oder wie die Dinge heißen, von den Combines. Komm, weil du nimmst diese Scheiß... Oh, Penner! Hahaha! Oh nein! Boah! Bist du denn? Unten. What the f... Habt ihr alle gesehen! Ähm, für erstens, wo bist du denn langgegangen, hier... Alter! Was meinst du? Bist du denn ganz langgegangen, hier hinten, Alter! Alter, ich bin die ganze Zeit am Kämpfen unten! So, ja, das ist mir noch ganz wichtig... Warte, ich halt dich, ich halt dich! Oh, jetzt, ich kann nicht mehr heilen. Das war alles, was ich hab. Wir haben noch viel. Er hat sich gehalten in der Station. Was ist Blödsinn? Ich bin gestorben. Ja, ich weiß nicht, wie ich siehst. Ah, die Sau! Wir haben gestorben, dass ich auch sterben muss. Nein! Nein! Nein, die Map blödsinn, aber wir beide gestorben sind. Ja, dann läd ich immer die Map neu, das ist so dumm. Oder ein bisschen Checkpoint, ne? Ja. Ah, ich werd wieder in den Luft geschleudert. Ich spiel ganz allein durch Schöpien, das ist echt schwer. Wo eins da ganz hinten, nur nicht hier! Perfekt! Deutsch! Er sagt, du hast alles leergefangen gebraucht! Habti! Wir müssen hier lang, zum Senergy Half-Life, was ein bisschen Werbung ist, aber egal. Link ist in der Review-Beschreibung von dem Spiel auf Steam. Ähm, müssen wir nicht hier lang? Ne, wir sind ins Wasser, stimmt. Wir müssen hier ein bisschen Topgang fallen. Ah, Hilfe! Wir schwimmen... ...unser Leben. Ähm... Da! Ah! Ah! Oh, hallo! Der Fernseher! Ja! Hier wurde der hin teleportiert, also. Geil! Ein bisschen vereintete Version davon, aber egal! Geil! Wir kümmern sich dann richtig um dich! Wir kümmern sich um uns, okay! Achtung! Anwohner! Wir dürfen keines Haus gemerkt werden! Was, der Fernseher hat durch die Wasser glitscht! Bei der Richtung! Da, da liegt der! Da! Da! Nein, warte! Das fährt schon wieder immer Bugs du fest, ne? Verpiss dich doch, danke! Hier durch! Oh! Aaaaah! Dritte Map! Ich bin ganz schön schnell unterwegs! Ja, ich weiß, ich glaub, wir werden das einfach mal so ein bisschen zum Spaß machen, wenn wir das play, weil wir es können. Und weil wir gerade das auch Lust hatten. Nicht wahr, Fabian? Genau! Du musst das Ordnungsschutz in dieses Combine! Hast du glaub, dass Bandeckel-Team getötet? Ah, da! Ja, es gibt diese komischen Zungen-Dinger da, die alles hochziehen, was sie wollen. Ähm... Nee, hier rüber! Hilfe! Hm... Hm... Steine Messer ins Geschütz! Wir checken, ich lade nach! Wir checken, ich lade nach! Hm... Oh! Da gibt's auch weiter, da! Hier ist Station 8! Station 12 soll tot sein! Punktgenaue Angriffe auf alle Routenstationen! Achtung! Der Ordnungsschutz greift! Der Ordnungsschutz greift! Und der dördische Schuss! Es kommen schon Flüchtlinge! Verfeuern und Umgebung hier an! Wir scheinen! Ja! 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 Gib Deckung, ich lade nach! Nein! Kann man nur mit Deckung geben, leider nach! Ah! Ja! Ist doch gefallen! Ähm... Äh, fahren wir denn da oben! Können wir die Zunge mehr! Ah! Boah! Da oben ist dann wieder das Landweg auch! Und dann das war ach, das sagst du nicht! Was? Wie sagst du nicht? Ja, ich bin nicht zu sehen! Ach, das war's! Ach, das war mir ein weiteres Halt! Ich wusste nicht, oder wie? Nein! 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 ich packe fest welches fass das fast exklusive fass da oben musste drauf schießen ich habe keine munition mehr dieser drauf schießt darauf du wachst uns fest schießt auf das fass auch danke danke kommt doch auch hoch ich brauche munition mann musst du keine munition hier da vielleicht ja aber es passiert war schnell ich kann nicht mehr schießen damit schade egal ich war nackt und dann gehen sie so machen sie nichts mehr und ansonsten ziehen sie einen hoch und man kann ihn nicht angreifen währenddessen im normalen haftwerk geht das aber nicht weil ich werde sterben ich habe keine munition mehr fabian die station ist verloren aber es gibt noch mehr hier sind die scheiß ja 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 meine ich sage schon diese komische seite von oben ja danke ich vertausche die das ist ja nicht so als hätten wir das erste spiel schon durchgespielt wo es die beiden monster schon gab und da hat es ja und wir spielen dich hier irgendwie so zurechtes immer durch die hätten ja das haben wir auch schon selbst fast durch wir werden bescheid sagen sobald wir an einer stelle sind wo es nicht mehr bleiben wo es bleibt so farben jedenfalls weil das kann lustig werden ah nein ich habe kein bisschen mehr ich aber und warum können die fässer unter wasser von warum können die fässer unter wasser brennen weiß ich nicht weiß nur dass gerade von oben richtig hell gemacht wird stimmt doch gar nicht ja was mumifizieren alter was wir davon machen ich komme nicht hoch jetzt ja fabian nein das ist diese schallstelle ich kenne die das ist wie die einmal unsterblich sind während sie sich so runter werfen alles klar was geschieht hier bei brennen kann ich mir später danken das ist unschärfig während die die animation haben da musst du durch nein oh mein gott fabian schnell ich muss erst einmal durchkommen naa uah sauf sauf fabian gut gerettet herzlichen glück und schönes benutzer kann ich mir später danken mach ich jetzt warte ich habe ich habe leben für dich ok du bist voll ah fässer unter wasser brennende fässer unter wasser ah nein aua warum wollen ich mir alle so weh tun oh lo ich bin drüber gesprungen was alles klar soll man das überhaupt wie soll man da überhaupt drüber vielleicht kannst du auch drunter ich weiß es nicht ich weiß es nicht hier ist auch eine leiter haha schon wieder habe ich dich die leiter genommen oh man ey o am in die Tue von dem sie jetzt so also nachher wird darauf die auf die andere Platz ja und recht und recht daran auf den Weg und dann muss darüber springen und dann ja er schon wenn ich den ersten mal beim jetzt überlegen aber ich werde das Rätsel aber das war das war Leiter gelassen weiter kommt einfach auf dort weg durch genau die Deckung ich lade nach und ja wir machen jetzt diese steine hoch eben ein sehr schwieriges wir müssen das hier so ausgleichen das spiel ist sehr denkmäßig brauchen wir nur zwei gewisse personen zwei richtig dicke abnehmen und nein wehrt er hat doch später nach sein das sind alle jetzt einfach nur für sind springen das kann ich nicht mal wieder der wird so mehr viel später noch sein vor allem wir haben zwei helikopter später kämpfen müssen das ist die hölle ich hatte dich noch erinnern fabian ja wollte schon eigentlich das spiel neu starten da um dann schiebt zu aktivieren weißt du aber wir haben es trotzdem geschafft ja weil ich gesagt weil ich gesagt habe ja nicht ich bin einfach afk gewesen glaub ich die ganze Zeit ne und du ähm nee warte das war so du bist was die ganze Zeit am Leben um dich anzugreifen voll die volle ich kann dir anscheinend doch angreifen ich hab dich vertan das war meine Betriebsforms na übrigens das bleibt nicht mehr so einfach muss weg da und ich hätte das da vorgehalten hat ja mein ich meine auch nicht warten wird damit es kommt an und wo bist du denn hallo in mir das zweite hat man war damit und kann nur sagt dass man war damit und kann und dann wenn du bist du denn die Kölner verraten und er muss explodiert gerade ich hab ihn dir lassen das erste mal dass es unter Wasser mal nicht explodieren tut fast die Fässer fast die Fässer Fässer sind zu fassen da fuck off oh my life hey die Dinger one hitten mach mal was ich testen der Stuntstick one hitt die au was ich bin so leichter, bei mir hat er gerade gesagt, ich sag mal lieber nicht voran mich dass er in hat schon hier in deiner unzähligen 80 anderen Tode oder so, keine Ahnung ist die ja irgendwann wird manchmal träume ich von Käse Sometimes I dream about cheese ja die Deutschfassung ist übrigens noch kranker finde ich wüsstig nein oh mein Boy willst du nur ein bisschen weiter ja ich bin ein bisschen verkackt ach Junge jetzt sterb ich wieder ach Junge oh ich finde es persönlich sehr 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 geil ja wir sind jetzt hier wieder im untergrund ja mod review Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Pfff ha 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 haaa Geil ey komplett verkackt ach Geil D1 kanad Oh, das ist der Typ mit dem Rohr. Wow, gerade ein komplettes Magazin reingehauen. Nice. Die Übersetzung ist so ekeler. Weißt du, wie die Dinger auf Deutsch heißen? Äh, in Englisch. In Englisch heißen die einfach Man-Hank. Und die heißen die einfach Man-Schnittern. Äh, das meinten die damit. Der Typ wehrt sich mit einem Rohr. Und das Lustige ist, das Rohr gibt es gleich als Waffe. Und ich finde, das Rohr ist stärker als Waffe. Auch vom Nahkampf. Nur leider atmen die einfach später nicht mehr. Mit deinem Rohr. Ja, geil. Lead-Pipe. Alter. Das ist nämlich eine Waffe, die fast so stark wie die... Äh, fast so schnell wie die Brechstange ist. Und so stark wie der Taktstock. Das bedeutet, eine sehr starke Waffe. Oh, du macht bei Kisten One-Hit. Ja, die ist richtig geil. Schade, nur dass man die halt nur ganz kurz hat. Nein, diesmal nicht auf die Fässer. Geil, das war gut aufgeräumt. Ah, Hilfe. Oh, Heilung. Ich habe ein ganzes Minikett für Einheilung verbaut. Was ist denn da? Oh, ist das wieder das Puzzle? Nee, jetzt müssen wir uns einfach nicht. Hallo, G-Man. Guck mal, da ist G-Man. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ich habe einen... Nee, doch nicht. Ja, geil. Oh, nein, hier kommen wir gewisse Personen. Bist du Roboter auch, komm hier. Komm doch schneller. Weil, also, weil ich habe hier ja nicht mehr... War schneller, also, weiß schon, was ich meine. Wo muss ich denn hier hin? Hä? Hä, wo muss ich hier hin? Ist das mal im Ernst? Ist das... Ist das gar nicht der Weg, den man lang muss? Ich bin gerade verkackt. Geh mal durch. Oh, neue Waffe. Nee, wir haben jetzt die SMG. Die Schnelle. Wir haben jetzt die Pistole, die SMG, den Klappstock und dann... Hallo? Ich habe im Gegensatz zu dir mal... Ah. Ich muss nach unten fadeln. Oh, nein! Einer picken. Wie du schießt, die Scheißen? Ich will ja nicht. Ah, ich würde sagen, Leute. Du schießt einfach nicht. Ich würde sagen, das war es mit der zweiten Folge von Half-Life 2. Oh, nein. Ich hasse diese Waffe. Ich weiß wirklich nicht, ob die überhaupt Schaden macht oder ob sie gegen eine Heile. Was? Bitt! So. Oh, Junge. Was ist denn das hier schon wieder für eine Scheiße? Gut, wir sehen uns in der dritten Folge von Half-Life 2. Okay, bye. V Bolte! 29. Ja, ich bin Cheerio. Bohe. So. .